so es geht wieder weiter bei schweine im weltall ich habe diesmal den mikrofon boost angestellt also man sollte mich auch besser verstehen außerdem habe ich jetzt den sound provider gewechselt vom miles fast zu direct sound hw ich fange jetzt einfach mal an also noch mal von neu lasst uns welt jagen gehen ich versuche diesmal ein bisschen taktischer vorzugehen dass ich das auch schaffen bis in die letzte runde weiß nicht ob ich das in diesen durchgang schaffen werde ok weil da habe ich ja also sollte ja am anfang ist ein bisschen schwierig soll ich ein bisschen sparen da habe ich leider schon wieder ein bisschen was kassiert ein bisschen weniger 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 so ich muss halt aufpassen dass ich meine kollegen hier nicht treffe erstmal noch mal heilen ein bisschen weniger ein bisschen weniger ein bisschen weniger ein bisschen weniger aber ich glaube ich den läster doch eben wieder getroffen wenn sich so ein vieh bewegt wird es schwierig ein bisschen weniger 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 weniger erst mal wieder heilen erst mal wieder heilen mehr 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 Also ich habe beim letzten Let's Play auch schon festgestellt, das ist teilweise ich da nicht so großartig. Ein Mistvieh weniger. 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 Nochmal heilen. Ein Mistvieh weniger. Das war knappes Ding. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Tja, das war wohl nichts. Dann mache ich erstmal einen Schnitt. Bis zum nächsten Teil. Ein Mistvieh weniger.